Wie haben Sie sich auf das Spiel hier vorbereitet? Ja, ich habe die ganze Woche intensiv trainiert, Fußball gespielt, aber auch Treppenläufe gemacht, damit ich heute hier 90 Minuten durchziehen kann. Stimmt es aus Ihrer Sicht, dass es berechtigt ist, dass Sie Quelix genannt werden? Das ist völliger Blödsinn. Nein. Wahrscheinlich, weil ich Felix heiße, verwechseln das manche und sagen Quelix. Ja, das kommt ja davon, dass einige sagen, dass sie, also ihre Spieler so mit ihrem Training... Daher kommt das? Nein. Ich glaube, da machen ein paar nur Spaß. Meine Spieler sind gut trainiert, fit, sonst hätten sie kaum die deutsche Meisterschaft erreichen können.